hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge anschaut 2 sowie wir so was von vorn anfangen hier das zeug fängt schnell feuer so wie dieses hat klasse wie wärs nächstes mal mit einer warnung wir sind ja hier in shamballa und ich werde jetzt sicherlich nicht hier von der gefahr nicht und die munition hier kommt so was hier waren wir glaube ich schon mal ne so so mag ich das auf geht's alles klar wo sind wir denn denn wir sind doch jetzt hier in shamballa oder das kenne ich doch natürlich hier muss irgendwo der chintamani stein sein ja aber das sieht wunderschön aus das muss ein wirklich wichtiger ort gewesen sein ganz schön ruhig jetzt fühlt er sich gespenstisch naja ganz schön ruhig die frage ist warum die frage ist warum da gibt es mehrere wege aber welcher führt wohin geht man da unten gucken dass wir irgendwo bewandtnis haben warum wir hier runter sollen ach ich dachte was läuft denn da aber da sind die schatten gewesen ja geht hier nirgends wohin hier sind doch granaten ich hier 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 Wir kriegen Besuch. Noch mehr? Psst. Siehst du, es war viel zu ruhig. Vielleicht haben sie uns nicht gesehen. Elena, zurück. Die Soldaten sind wirklich überall. Das sind richtige Soldaten. Die Soldaten sind wirklich überall. Die Soldaten sind wirklich überall. Geh doch mal aus dem Weg. Ach, hier ist der Elena. Ich hab die ja nicht gesehen. Scheiße, ich hab die nicht gesehen, dass die hier oben schon stehen. Ich frage mich. Der Pfeil hier was bringt. Fang! Verdammt! Hier! Ich frage mich! 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 Das ist der Soldat tot, ja. Es ist vorbei, Drake! In Deckung! Nein! Oh Mist! Achtung! Fang! Mist! Das ist vorbei, Drake! Nein, komm schon! Okay. Ah! Nein! Auf den Boden! Mist! Das war! Das war's! 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 Ich bin schon wieder eine Sauerei! So, wir sammeln jetzt erstmal hier Munition auf. Das ist gut, dass das mit denen da so gut funktioniert. So, Pistolen, Munition. Warte mal, Granaten. Wo waren denn die Granaten? Die waren doch hier irgendwo. Hier. Gut. Hier sind auch noch mal Granaten. Granates, Granates. Läuft denn alles hier? Der Ton ist da. Ja. Na, gut. So, die Frage ist jetzt da. Verdammt, es klemmt! Das andere Gegengewicht fehlt. Tja, du hast die richtige Größe dafür. Haha, witzig. Wie machen wir das jetzt? Kann ich da irgendwie was? Ja. Ernsthaft, der springt jetzt da ran. Okay, los geht's! Okay, und los geht's! Alles klar. Los! Da warst du etwas nah dran. Als ob, witzig, als wenn der die... Ach, nee. Sinn und Unsinn in Spielen. Meiner tappt sich ja immer selber, dass man sagt, das funktioniert doch überhaupt nicht. So, sind dann jetzt alle hier? Okay, die geht runter. Hier kommt was! Oh! Scheiße! Oh, den darf ich nicht sehen. Oh, den darf ich nicht sehen. Oh, den darf ich nicht sehen. Schmeiß doch keine Granate da bei uns, der Rinder-Idiut! Mann, du, Meter! Das zielen mit dem Ding ist doch wirklich... Oh, ey, beim besten Willen, ey, da würde mir doch keiner weiß machen, dass das zielen so toll ist mit dem Ding hier. Oh, oh! Uh-oh! Finde die! Sie sind hier! Oh! 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 Mann, ist der noch nicht tot. Ich hab ihn wohl nie zählen mir. Ich hab ihn wohl nie zählen mir. Das Problem ist gerade, dass ich keine Munition für eine Pistole habe. Das nicht gut ist. Komm doch her! Vorsicht! Okay. Oh, hoch da! Hoch da, Mensch! Was macht der denn da? Was macht der denn da? Wo ist meine... Ich brauche eine kleine Waffe. Was macht der denn? Ich will die Armbrust nicht wegschmeißen. Kann ich nicht. Kann ich nicht hier noch von die Weiber mitnehmen? Nee, pass auf! Mist! Perfekt! Ist der alle tot? Dann müssen wir wohl zu diesem Vorsprung. Nehmen wir den Karren! Naja, das Ding hier... Man kann das nicht so mitnehmen. Das ist doch scheiße. Ich kann das ja nicht. Wo ist denn hier... Wo ist denn hier die Knüfte? Hier war doch gerade ne... Ach hier! Schön! Ich brauche Pistolen-Munition! Wo müssen wir denn hin, hier? Hä? Das war's! Gut gemacht, Leute! Dankeschön, Chloe! Gern geschehen! Ging hier gerade irgendwas geleuchtet? Nee! Da ist er! Freunde der Sonne... Ich meine, Herr, stelle erstmal Schluss! Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Ohren steif und... Luh Luh Luh